war es doch an bord der clark oder londra du kannst von glück reden dass du noch am leben bist verstehst du was ich meine die stücke die sie noch vom schiff gefunden haben war nicht größer als meine faust lasst uns nicht davon sprechen reden wir über dich mein neuer freund du kannst bleiben bist du wieder ganz gesund bist wenn du gehst werde ich wieder ein alter fetter mann sein aber deswegen solltest du dir keine gedanken machen das hätte ich fast vergessen das buch neben dem bett ein ganz besonderes tagebuch du wirst es benutzen okay ich habe erst mal für mich gekauft aber es steht immer nur aber heute geschmiede drin interessant spielscher speichern ja irgendwie dachte ich mir das schon speicherbuch nur ich habe etwas überprüft ist ja nicht das ist ja nicht neu ist ja keine erfindung ja wir servieren ein band für londras geschichte speicherbücher kennen wir aus mehreren spiel ja speichern die geschichte wird gespeichert unser erster spielstand was machen wir denn jetzt erst mal runter gehen wie er da fällt zerschmeißen bringt alles punkte oder was auch immer ja das eben war dem sehr gehen die truhe ist verschlossen wäre das schlüssel noch nicht so ungewöhnlich könnte man es öffnen das heißt wir brauchen einen schlüssel oder so was dieses dorf diesem dorf leben sehr viele menschen herrn das ist nicht so nett wie ich aber immerhin versuchen sie es wenn du dich wieder schweig fühlst komm gleich zurück und ruhig aus okay ich habe auch so ein paar probleme mit der schrift manchmal das ist halt die schrift dieser bis auf der aus meinen träumen der von unserem unterbewusstsein gerufen wurde du wirst uns retten manchmal verändern wir es ja darum im vergleich zum original ist aus wie mein träumen vielleicht etwas kleiner aber naja gut wie immer in einem adventure guten tag abenteurer warte bleibt mal stehen du bist doch sehr glücklich hier die jess am strand aufgesagt du hast an und dran nicht wahr ich freue mich dich zu sehen was kann ich für dich tun man sieht ja eine lebterweiterung was er schreibt macht weiß ich nicht mehr das ist zur heilung das ist auch eine heilung nur schwächer das hier erhöht meine abwehr zieht fast so als ob das in energietrank oder sowas ist das rechts die flasche ein heilungstrank wer weiß hier sieht man halt was ja noch aus zu kaufen wie meine schuhe die rüstung hier nach und halt andere sachen man sieht dann noch rechts geld golder falke und schlüssel also man kriegt denn irgendwas wenn man eine gewisse anzahl ergeordneten falken hat und es hat nicht unbedingt einfach das zu bekommen oder zu finden am anfang ist leicht aber halt dann später da wird schon immer schwerer als jemand davon spielen kennt muss ja so sein ich glaube es gab 99 stück davon kommen mir irgendwie bekannt vor goldene falten ja goldene andere tiere naja irgendwie sowas gibt hier in jedem spiel aber lustigerweise war ich tatsächlich in der überlegung um als barry zu spielen wo es weg war nicht so viel spaß machen würde wie dir ich glaube bei dir das ist ein bisschen junge die jesse abstand gefunden hat ich bin justin ist justin ich kann die geheimnisse der zukunft lüften mit der schichter wissen wir ständig vor meiner kugel justin ist etwas über dein glück wissen ja jetzt kann ich jetzt sehen dein weg ist in meiner kurs zu erkennen jetzt interessant solltest du die doch beworben davon die nur begrüßen das hat mir nicht die kugel gesagt das gehört sich einfach so hat dir deine mutter gar nichts weggenommen doch schon ich habe nur alles vergessen du wirst noch mehr festerlöser meine weißheit kostet sich nur die gleichkeit von 50 gold okay da habe ich nicht ja du bist ein geister das hat man mir auf der arbeit auch schon gesagt die dunkelheit weist sich vor dein augen aus arbeiter im herzen scheint das licht und du gehst ohne furcht weiter sehr gut habe kraft sie wieder voll aufgeladen wenn ich erst komme ich hier zurück und die kreis wird dir den richtigen weg zeigen also sprich wenn man nicht wissen was wir tun sollen hierher kommen und dann nachfragen ja das kostet 15 golden gulden gulden interessant gut das sagt mit wende geht es zu ende wie furchtbar muss es sein in diesem bett zu liegen und er seinen eigenen bewesen körper gefangen zu sein fein sagt du hast jetzt sehr froh gemacht junge ich habe lange nicht mehr so glücklich gesehen bis gerade eingefallen dass mein sohn jetzt in seinem alter wäre wenn er nicht bei der geburt gestorben wäre und seine frau wird nun es ist sinnlos man kann die vergangenheit nicht ändern ab und mutter hier immer alles plündern könnte man ja nicht anders okay abgeschlossen vielleicht kommst du später noch ein ja ich denke mal schon noch gut sie mich auf etwa noch mal ein bisschen umschauen wo wir bist du denn kline da bist du oh ja der jung vom strand reparierer gerade dieses tor vielleicht können wir uns später unterhalten noch mal ein wort junger von er so du bist der über den alle sprechen da so war bis direkt im zentrum der nicht existierenden vergnügung industrie gelandet die milch sind nicht schlechte und über die spitze brach tut mir leid alter folgt hat der faux pas oder was könnte sein kommen näher so damit ich dich besser sehen kann wir haben hier nicht so viele besucher okay wie soll ich den näher kommen geht ja nicht bist du dich die die sagte ich sei klein ja ich habe von dir gehört der junge vom strand jetzt lass mich bitte allein ich habe gerade zu tun nein du bist das nicht bist unfreundlich ich mag dich nicht unfreundlich sind ja ganz schön viele leute ich weiß nicht sowieso was jetzt gemeint hat mit von wegen er sei der netteste von einem muss halt sich jetzt denken ich habe schon mal gespielt als ewig ja ja wo armen hat er seit drei tagen schiefst du nicht du fragst warum fremder immer wenn sie steht würdet ihr geist unterrichtet schreckliche vermissungen an es ist ein tauschender fluch okay sie hat wohl gründe schlecht klar zu sein ja das ist dann verständlich und das sagt mir dass ich ihr dann auch irgendwann helfen muss ja höchstwahrscheinlich muss ja es geht ja hier um träume aber man kann das spiel auch schon so leicht mit selder vergleichen glaube ich die 2d teile nur wo das liegt nicht springt naja selbst jede spieler zu besonderheiten dabei ok hier noch mehr geld 16 so langsam wird es verschlossen warum ist es verschlossen warum lasst du mir nicht rein vielleicht wird das erst später noch sinn machen wer weiß okay was das hier für ein haus ich habe das gefühl dem ist irgendwas passiert das ihm traurig macht wahrscheinlich guck mal die ganzen flaschen hier und wir da selbst der denkt entweder zu viel nach oder was auch immer bekommt meinem schloss schöner fremder wird ihr erlaubt mein schlafzimmer zu betreten wächter es ist lustig oder liebding muss einfach lachen nein du wüschling ich haue dir gleich eine runter was soll das mit der los keine ahnung so zeit rum macht ja erstmal alles was kisten sind natürlich könnte ja was versteckt sein die schade aber nichts zu sein Ich habe das Gefühl, die hat irgendwie vielleicht eine gespeilte Persönlichkeit oder sowas. Wer weiß. Es ist nicht meine Schuld, dass Elena verrückt geworden ist. Verdammt nochmal. Es ist nicht meine Schuld. Okay. Ich denke mal, dass man ihn beschuldigt hat und ihn fertig macht. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht gibt er sich doch auch die Schuld. Wo geht's, Witscha? Ich glaube, das ist das Haus von Jess gewesen. Und du bist? Sierra. Hallo, junger Mann. Du siehst jetzt viel besser aus als damals, als Jess dich gefunden hat. Was ist? Du bist von einem Mädchen mit bürrischen Blick angesprochen worden? Possible brauchst du keine Angst zu haben, junger Mann. Sie hat oft merkwürdige Träume und was sie sagt, hört sich ja auch sonderbar an. Aber meine Töchter, meine Tochter ist wirklich lieb. Ach, du bist die Mutter? Ich vermute einfach, sie hat ähnliche Fähigkeiten wie Alundra. Könnte sein. Naja, vielleicht brauchen wir sie noch. Also, ich gucke jetzt mal nach, ob das Zeug das Haus von Jessen war. Ne, das war der Shop. Ich frage mich ja, was die Rüstung kostet. Wahrscheinlich schon ein bisschen was. Tut mir vor ich beleid, aber diese Rüstung ist unverkäuflich. Sie gehört meiner Familie seit Generationen. Genau genommen seit meinem Urgroßvater. Das verstehst du doch, oder? Ach, Mann. Erlebt's hier, Mann. Kommt ganz schön teuer. Kommt ganz schön teuer. Den wählen nur die Klugen. Das kostet 500 Guld, okay? Ne. Ich bin mir leid, ich lass. Tut mir leid, also ich nicht mehr. Sag Bescheid. 500 Gulden, meine Kresse. Teuer! Mischen teuer, jo.